Mein Name ist Franziska Strauß. Ich bin mit Leib und Seele Trachtlerin und Volksmusikantin. Beim Donau-Gau-Trachten-Verband Sitz-Ingolstadt bin ich für die Volkstanzpflege zuständig. Mein Projekt im Arbeitskreis Veranstaltungen ist Feste mit regionalem Bezug, also beim Bürgerfest mehr Handwerker und Kulturschaffende von der Region. Wir würden uns vorstellen, dass Besucher an einem bayerischen Platz von Volkstanzler, Brauchtum, Handwerk, bayerische Spezialitäten, Blasmusik und animiert werden zum Mitmachen oder zum Zuschauen.